Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die AAUZ, die Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe im Redispatch 2.0. Natürlich ist dieses Video Teil unserer Content-Reihe zusammen mit der HSAG, den Prozessexperten und Prozessconsultants, rund um allen möglichen Themen der Energiewirtschaft, mit denen wir eben gemeinsam eine sehr schicke Dienstleistungspalette rund um den Redispatch 2.0 gestartet haben. Mehr dazu ihr dann auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jedenfalls heute also die AAUZ, Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe. Wir haben in einem anderen Video uns schon mal über die Ausfallarbeit unterhalten. Das ist ja schlussendlich der Unterschied der tatsächlich nun erzeugten Energiemenge einer Anlage versus das, was vorher so geplant war. Normalerweise haben wir einen Fahrplan, eine Idee, wie ein Kraftwerk einzusetzen ist, anhand des Brennstoffes, der zum Beispiel eingeplant wird. Oder wir haben eine Prognose bei einer erneuerbaren Energienanlage, die dann mit Wetterdaten aufbereitet, zum Beispiel sagt, dass eine bestimmte Windkraftanlage so und so viel Strom wahrscheinlich produzieren würde. Und dann kommt bei einer Redispatch 2.0-Maßnahme ja so eine Art Limit, wo dann gesagt wird, folgende Menge sollt ihr aber stattdessen in diesem Zeitpunkt erzeugen, damit wir einen Engpass im Stromnetz an irgendeiner anderen Stelle zum Beispiel lösen können. Dafür müsst ihr runterfahren, vielleicht muss noch eine andere Anlage hochfahren und schon ist dieser Engpass dann behoben. Und wenn das dann passiert, wenn also so eine Anlage schlussendlich runterfahren muss, dann entsteht eine Ausfallarbeit, dann entsteht eine Energiemenge, die ja ursprünglich erzeugt werden würde, die dann aber nicht erzeugt wird, also auch nicht verkauft werden kann. Und da muss natürlich nachher was passieren. Da muss am Ende mal einen finanziellen Ausgleich oder ein bilanzieller Ausgleich mindestens auch noch kommen. Dazu werden wir uns in weiteren Videos ja auch nochmal äußern. Diese Ausfallarbeit, die jetzt also gemessen wird auf irgendeine Art und Weise und die ja dann später mal abgerechnet werden soll, die muss jetzt natürlich abgestimmt werden, die muss hin und her geschickt werden. Und das machen wir im Redispatch natürlich genauso wie bei allen anderen Mavis-Prozessen in der Energiewirtschaft. Wir übertragen solche Energiemengen als Zeitreihe. Eine Zeitreihe ist einfach nur eine chronologische Aneinanderreihung von, in diesem Fall, Energiemengen pro Viertelstunde, in diesem Fall wie immer. Ja, pro Viertelstunde ein Kilowattwert oder ein Kilowattstundenwert. So. Und das ist also jetzt folgendermaßen. Wir sagen, wir wollen die Ausfallarbeit, die Menge, die hier also durch eine Redispatch-Maßnahme zustande kommt oder nicht zustande kommt und deswegen geschickt werden muss, die wollen wir in so eine Zeitreihe reinschreiben, Viertelstunden scharf, dass eben hier in bestimmten Momenten eine Redispatch-Maßnahme stattgefunden hat. So. Das ist dann am Ende, kurz gesagt, die Ausfallarbeitsüberführungszeitreihe. Aber natürlich ist es nicht ganz so einfach. Der Redispatch 2.0 ist, wie wir es ja auch schon mitbekommen haben, extrem komplex. Es gibt schon mal eine Unterscheidung zwischen der täglichen AAUZ und der monatlichen AAUZ. So. Die tägliche, die sagt nun also aus, welche Energiemenge durch eine Redispatch-Maßnahme heute nicht erzeugt wurde oder im weiteren Verlauf heute nicht erzeugt werden wird durch die bereits geplanten Redispatch-Maßnahmen. So. Also die Menge, die am heutigen Tag so durch Redispatch-Maßnahmen geändert wird. Das steht dort drin. Und die wird dann praktisch immer zum Folgetag vom Netzbetreiber, der das Ganze verantwortet, an den Übertragungsnetzbetreiber geschickt. Denn diese tägliche AAUZ hat gar keinen aktiven bilanziellen Wirkungsgrad, sondern die ist rein für das Monitoring. Die ist praktisch für das Bilanzkreis Monitoring gedacht. Die soll tagtäglich dann darstellen, welche Energiemenge durch Redispatch-Maßnahmen ausgefallen sind, damit eben aus allen möglichen Datenquellen auch alle Daten zusammenkommen, damit der Übertragungsnetzbetreiber seine Monitoring-Aufgaben ordentlich machen kann. So. Das ist die tägliche. Hier wird also vom Netzbetreiber an den Übertragungsnetzbetreiber dann tagtäglich das geschickt, was praktisch am Vortag als Ausfallarbeit irgendwo zustande kommt. So. Das ist die tägliche. Dann gibt es wie gesagt noch die monatliche Ausfallarbeit-Überführungszeitreihe AAUZ. Die ist bilanziell wirksam. Das ist eine bilanziell wirksame Zuordnung von Energiemengen, die nun also über den Monat hinweg hier tatsächlich durch Redispatch-Maßnahmen zustande gekommen sind. So. Wie wird das gemacht? Auch hier. Der Netzbetreiber zieht also all seine Datenquellen zusammen und erstellt die Zeitreihe, die monatliche Zeitreihe, in der nun also steht, welche Energiemengen hier als Ausfallarbeit deklariert werden müssten. Das schickt er nun an den Übertragungsnetzbetreiber, in dessen Rolle als BICO, als Bilanzkoordinator. Der Bilanzkoordinator, genauso wie bei anderen Zeitreihen, die in Bilanzierungsprozessen gemacht werden, prüft das Ganze jetzt auf grundsätzliche Plausibilität und packt noch einen Datenstatus mit drauf. Der Datenstatus sagt praktisch, ja, kommt soweit in etwa hin nach unserem Kenntnisstand. Kann das so sein? So. Der Datenstatus wird mit draufgeschrieben auf die Zeitreihe und dann gemeinsam weitergeleitet an den Bilanzkreisverantwortlichen, der in diesem Fall dann entweder ein Lieferant ist, der praktisch die Energiemenge der Ausfallarbeit in seinem Portfolio hätte oder der anfordernde Netzbetreiber. Im Redispatch ist es ja auch so, dass ein Netzbetreiber sagen kann, um bei uns den Engpass zu lösen, muss unseren Nachbarnetzbetreiber beispielsweise eine Anlage anders schalten. Und dann wäre dieser anfordernde Netzbetreiber hier auch der Verantwortliche für die Energiemenge. Dieser Bilanzkreisverantwortliche kriegt jetzt also hier diese Zeitreihe übertragen mit dem Datenstatus, den der Bilanzkoordinator zwischenzeitlich draufgeschrieben hat, prüft das nochmal für sich und würde dann eben auch sagen, alles klar, das haut so hin oder nee, ich habe hier nochmal Unterschiede und pack das in eine Prüfmitteilung. Die Prüfmitteilung kennen wir auch genauso aus den anderen Bilanzierungsprozessen, die uns ja schon auf der MAPES so bekannt sind. Das ist also ganz genauso wie bei anderen Zeitreihen. Die wird geschickt, geprüft, mit Datenstatus weiter, mit Prüfmitteilung zurück. Dann hat das auch die entsprechende bilanzielle Wirkung, die wir dann im weiteren Verlauf in anderen Videos nochmal genau auseinandernehmen wollen, wenn wir den bilanziellen Ausgleich und den finanziellen Ausgleich im Redispatch 2.0 nochmal genauer beleuchten wollen. Jetzt ist es aber natürlich genau so, wie auch immer bei den anderen Prozessen, dass wir eben zum Beispiel hier ja auch mal zu Unterschieden kommen könnten, zu Energiemengen, die hier nicht ganz hinhauen. Beispielsweise, wenn eben tatsächlich irgendwelche Energiemengen bei den Marktpartnern unterschiedlich vorhanden waren, wenn die Sensorik nicht richtig hingehauen hat oder wenn eine Prognose, die irgendwo mal herkam, so noch nicht korrekt war und im weiteren Verlauf zum Beispiel neue Wetterdaten für die mit Redispatch heruntergefahrenen Windkraftanlagen zum Beispiel kommen sind. So, dann wäre es so, dass hier auch wieder ein Clearing stattfindet, wie bei allen anderen möglichen Bilanzierungsprozessen, die wir so aus dem Mavis-Kontext kennen. Und dann müsste man ja nun sagen, okay, wir haben hier unterschiedliche Energiemengen, das müssten wir jetzt wieder anlagenscharf zuordnen. Und dafür gibt es tatsächlich auch eine marktlokationsscharfe Zeitreihe. Das ist jetzt nicht die AÜZ, das ist die Gesamtmenge von Ausfallarbeitsmengen, sondern, und jetzt kommt es, die LFAA-SZR, die Lieferanten-Ausfallarbeitssummen-Zeitreihe. Die ist marktlokationsscharf und kann dementsprechend ganz genau das wiedergeben, was für eine Anlage schlussendlich genutzt wurde. Die gibt es also auch noch. Vielleicht kommen wir auf die nochmal genauer zu sprechen im weiteren Verlauf. Es gibt neben der dann natürlich auch das gerade angesprochene Clearing, nämlich die LFAA-CL, die Lieferanten-Ausfallarbeits-Clearing-Liste. Und hier kann nun ganz genau wiedergegeben werden, welche Energiemengen auf die einzelne Anlage, also marktlokationsscharf, im Sinne der Ausfallarbeit zugeordnet werden. Und dann kann man natürlich ganz genau prüfen, an welcher Stelle ist jetzt hier ein Datenunterschied zustande gekommen. Und dann kann das Ganze natürlich auch im weiteren Verlauf nochmal klargestellt werden und der Gesamtaustausch über die AAUZ dann auch wiederum korrekt durchgeführt werden. Und dann gibt es natürlich noch weitere Besonderheiten, beispielsweise wenn es sich um EEG-Anlagen handelt, die hier durch den Redispatch 2.0 betroffen sind, dann würde man diese EEG-Mengen natürlich auch in einen EEG-Bilanzkreis packen müssen. Dann gibt es also auch Überführungen zwischen Redispatch-Bilanzkreisen und EEG-Bilanzkreisen. Das ist dann in den etwas neueren Veröffentlichungen in der Bundesnetzagentur und des BDW ist dann auch schon mit eingeflossen. Das war vorher immer noch so ein bisschen vertagt für die nächste Veröffentlichung. Es gibt ja da zum Beispiel diese Branchenlösung Redispatch 2.0, wo auch viele, viele Diagramme für die Prozessabläufe auch schon vorhanden sind. Das verlinken wir natürlich dann auch wieder mal unten in der Videobeschreibung. Wir verlinken auch die beiden großen Netzbetreiber-Projekte, die sich natürlich mit diesen Themen dann auch im Weiteren beschäftigen. Also die Connect Plus. Ich glaube, die Seite von denen heißt NetzConnect Plus. Das ist eine Kombination diverser Netzbetreiber, UNBs und VNBs, die hier eben auch eine Dienstleistung schlussendlich rund um den Redispatch anbieten wollen und so eine gemeinsame Plattform auch schaffen wollen für die Marktkommunikation. Und es gibt die DARE aus Baden-Württemberg, wo dann verschiedene große und kleine Netzbetreiber von dort eben auch so eine Grundlage für den Austausch geschaffen haben. Da gibt es immer mal wieder aktuelle und wichtige Informationen, aber vor allem auch Erfahrungen aus, ja, tatsächlich betroffenen Netzbetreibern, die dann eben auch helfen können. Das ist immer mit ganz interessant. Wir werden weitere Themen in diesem ganzen Kontext natürlich noch mit auseinandernehmen und hier mit reinhauen. Wir werden noch mal bestimmt auf weitere Zeitraumübertragungen ganz marktvokationsscharf eingehen. Im Kontext des finanziellen Ausgleichs ist das ja dann noch mal ganz wichtig. Im Kontext finanzieller Ausgleich, wie das dann auch am Ende schlussendlich final zustande kommt, auch mit dann noch später zu veröffentlichten Kostenfaktoren. Das hatten wir mal, die Kostenfaktoren für erneuerbare Energien, KWKG-Anlagen und Netzreserve. Da gab es dann auch noch diese Mindestfaktoren. Das spielt dann alles wieder mit rein. Wir werden noch mal auf weitere Prozesse zu sprechen kommen, auf verschiedene Angebote auch von den Übertrauungsnetzbetreibern, von der Bundesnetzagentur und vom BDW, die dann alle auch im Alltag sehr hilfreich sein könnten, wenn man nun demnächst ja tatsächlich mit dem Redispatch 2.0 aktiv arbeiten muss. Soweit erst mal in diesem Moment. Wie immer, habt ihr erst mal Fragen zur AAUZ oder LFAASZR oder LFAACL, dann gerne diese unten auch in die Kommentare reinschreiben. Auch wenn ihr weitere Themen in diesem Komplex euch noch mal genauer anschauen wollt, schlagt uns das gerne vor in den Kommentaren, dann nehmen wir es mit auf unsere Agenda. Es kommen auf jeden Fall noch bestimmt 10 weitere Videos von Redispatch 2.0. Das hört ja auch nicht mehr auf. Es gibt so richtig viel dazu noch zu sagen und es wird auch jeden Monat ein bisschen greifbarer und spannender und natürlich auch ein bisschen dringender. Naja, apropos, wenn ihr da noch eine Unterstützung gebrauchen könnt, wir schulen dazu und die HSAG, unser Content Partner, mit dem wir das Ganze ja auch gemeinsam dann schlussendlich ausarbeiten, die haben dann noch die passenden Prozessmanagement-Tätigkeiten und dann auch die Prozessabarbeitung im weiteren Verlauf. Da könnt ihr also gerne auf uns auch noch mal zukommen, wenn ihr dort noch eine Unterstützung braucht. Das können wir gerne leisten. Ansonsten, wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr die nächsten Videos zu diesen Themenkomplexen auch nicht verpassen werdet und dann, wie immer, bleibt dran, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.